Was von dem verbissen kämpfenden Gegner übrig blieb, wird in die Gefangenschaft abgeführt. Ein Vorausdruck tastet sich über den Fluchtweg der Franzosen nach Chateau Thierry vor. Noch soll der Poilu in der Stadt sein. Jedes Haus muss genau untersucht. Jede Straßenkreuzung erst gesichert werden. Die Truppen stehen hier unmittelbar vor der Marne. Im deutschen Schicksalsschluss von 1914 und 1918. Der deutsche Soldat ist sich bewusst, was diese Stunde für ihn bedeutet. Ein MG sichert den Übergang der Stoßtrupps über den Fluss. Im Feuer feindlicher Maschinengewehrnester wird Flusssack um Flusssack hinübergezogen. Es gibt kein Zögern und kein Wanken. Nach erbitterten Kämpfen ist die Marne überwunden. Weiter geht es. Das Ziel heißt Paris. Die Truppen sind die Schicksal. Das Ziel ist die Schicksal. Die Schicksal sind die Schicksal. Die Märsche waren lang und in der Sonnenglut besonders schwer. Panzerspähwagen brausen über die fertiggestellten Brücken über die Marne der Infanterie nach, um wieder die Spitze zu übernehmen. Der Harleutnant Ritter von Speck, der in den weiteren Kämpfen gefallen ist. Diese Pantanbrücke trägt selbst schwerste Panzer. Und wieder Frankreichs Kulturträger. Die Reihe der Panzerkampfwagen reißt nicht ab. In vielen Kämpfen erprobt, fahren sie neuen Kämpfen entgegen. Musik Setzte er noch Benzin und Öltanks in Brand. Musik Über dem Schloss von Versailles, in dem 1871 deutsche Schicksal gestaltet und 1918 deutsche Schmacht besiegelt wurde, weht nun die Hakenkreuzflagge. Musik Paris, das heiß ersehnte Ziel ist erreicht. Das Herz und die Seele Frankreichs, Sitz großer Teile der französischen Rüstungsindustrie. Der Geburtsort der Demokratie und des Liberalismus ist in deutscher Hand und steht damit unter deutscher Ordnung. Musik Musik Auf dem Eiffelturm wird die Reichskriegsflagge gehisst. Musik Vor einem Jahr marschierten anlässlich des Französischen Rüstungsindustrie die Reichskriegsflagge. Musik 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 und Hochmut der englisch-französischen Plutokraten übrig. Nun rücken über dieselben Straßen deutsche Truppen in Paris ein. General Oberst von Bock und General der Ratterie von Küchler nehmen im Vorbeimarsch ihre Truppen ab. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Arc de Triomphe! Flas de la Concorde, im Hintergrund rechts das Marienministerium. Der Invalidendom, in dem Napoleon I. beigesetzt ist. Paris ist in deutscher Hand. Die sofort anschließende Eroberung Verdunz und die Einschließung der Maginot-Linie veranlassten Marschall Pétain zu der Erklärung, dass Frankreich nunmehr die Waffen niederlegen müsse. Das ist mit der Grenze der Zeit, das ist mit dem Volkern vor Land, vor Land, jeder die Waffen, jeder helle und reich. Verschillen wir die Reis, das Land schreit die Leis. 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 Das Land schreit die Leis.